Ich begrüße Sie recht herzlich zur Vorstellung des PaaS System Inventory. Mein Name ist Maria Freund. Ich arbeite seit dreieinhalb Jahren bei der PaaS Consulting Group und möchte Ihnen heute die PaaS Inventarisierungslösung vorstellen. Die Kernaufgabe der Lösung ist es, Hardware und Software zu verwalten. Besonders interessant ist dies immer, wenn Excel-Listen nicht mehr ausreichen, um eine übersichtliche Verwaltung der Assets vorzunehmen. Ich zeige Ihnen jetzt gleich in der Software die Aufbauweise und einzelne Bereiche, damit Sie einen ersten Einblick erhalten. Die folgende Maske zeigt Ihnen die Startseite des PaaS System Inventories. Sie können sich über einen Benutzername und einen Passwort im System anmelden. Auf der linken Seite sehen Sie einen Überblick über das Menü von der Lösung. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Dashboard. Bei dem Dashboard werden Ihnen im oberen Bereich verschiedene Auswertungen angezeigt. Sie sehen beispielsweise, wie viele offene Bestellungen derzeit im System vorhanden sind oder wie viele neue Geräte in den letzten sieben Tagen angeschafft wurden. Sie sehen hier im unteren Bereich, das ist überall eine Verlinkung. Das heißt, Sie könnten jetzt hier draufklicken und bekommen sofort eine Übersicht über alle Bestellungen, die derzeit offen sind. Wenn Sie hier nach unten scrollen, sehen Sie Änderungen, die zuletzt im System vorgenommen wurden, beziehungsweise Sie werden hingewiesen, wenn Verträge demnächst auslaufen. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, direkt zu dem auslaufenden Telefonvertrag zu wechseln, um eine entsprechende Verlängerung anzutriggern. Im unteren Bereich sehen Sie Zuordnungen, die zuletzt im System vorgenommen wurden. Sie haben im Inventory die Möglichkeit, Zuordnungen vorzunehmen zwischen Software und Hardware. Genauso können Sie Hardwaregeräte einzelnen Benutzern zuweisen. Im linken Bereich ist der erste große Menüpunkt, die Hardware. Dieser ist in den folgenden Assets untergliedert. Da die einzelnen Masken der Assets identisch aufgebaut sind, werde ich Ihnen jetzt die Übersicht über die Maske anhand des Computers kurz demonstrieren. Auf dem grünen Button können Sie klicken, wenn Sie einen neuen Computer erhalten und diesen im System anlegen möchten. Im unteren Bereich sehen Sie zum einen eine Detailsuche, die Sie durchführen können. Das ist immer dann interessant, wenn Ihnen die Inventarnummer des zu suchenden Geräts bekannt ist. Sie sehen weiter unten noch eine Auflistung von allen Computern, die sich derzeit im System befinden. Sie haben hier verschiedene Attribute, die Ihnen angezeigt werden und können die einzelnen Spalten nach Ihren Belieben variieren. Beispielsweise kann es sein, dass Sie sagen, je nachdem in welchem Bereich Sie im Unternehmen arbeiten, dass für Sie der Standort nicht interessant ist, jedoch die einzelne Abteilung, in der sich der Computer befindet. Im Hintergrund konnten Sie sehen, die Tabelle passt sich sofort an. Ihnen wird nun die Abteilung angezeigt, der Standort wird rausgenommen. In diesen Feldern können Sie natürlich dementsprechend auch eine Filterung vornehmen. Ich habe jetzt Vertrieb in diesen Bereich eingegeben. Somit werden Ihnen nur noch Computer angezeigt, die sich in der Abteilung Vertrieb befinden. In diesem Button hier unten, der sich nennt Exportieren, haben Sie die Möglichkeit, eine Excel-Liste zu generieren. Dadurch, dass jetzt hier oben schon ein Filter eingestellt wurde, Vertrieb, wird Ihnen nun eine Excel-Liste ausgegeben mit allen Computern, die sich in der Abteilung Vertrieb befinden. Wenn ich nun diese Filterung herausnehme und dann auf Exportieren klicke, wird Ihnen eine Übersicht in Excel herausgegeben mit allen Computern, die sich momentan im System befinden. An dieser Stelle haben Sie somit die erste Möglichkeit, sich individuelle Reports zu erstellen. Als nächstes möchte ich Ihnen die Detailansicht von einem Computer zeigen. Dafür klicke ich auf die Inventarnummer. Auf der linken Seite werden Ihnen sehr allgemeine Attribute von dem Asset angezeigt, beispielsweise die Inventarnummer, der Standort, die Organisation. Auf der rechten Seite dagegen sind sehr spezifische Attribute. In diesem Fall bei einem Computer handelt es sich um Werte wie die CPU, die Anzahl der Kerne. Das sind alles Attribute, die beispielsweise für einen Drucker unrelevant sind. Auf der rechten Seite befinden sich immer Attribute, die nur für das jeweilige Asset interessant sind. Bei einem Drucker werden dementsprechend andere Attribute auf der rechten Seite angezeigt. Die linke Seite ist identisch. Wenn ich hier auf Standort klicke, sehen Sie, dass Sie eine Dropdown-Liste haben. Diese Dropdown-Liste können Sie selbst im Administrationsbereich definieren. Dieser Administrationsbereich befindet sich, wie Sie im Hauptmenü erkennen, ganz unten. Was gibt es auf der Detailansicht von dem Computer noch zu sehen? Sie sehen hier oben einen Button mit Protokolle, Label und Barcodes. Wenn ich diesen Button anklicke, erscheint Ihnen die folgende Maske. Sie haben die Möglichkeit, sowohl Barcodes als auch Labels sich generieren zu lassen und direkt zu drucken. Auch Übergabeprotokolle, Rückgabeprotokolle oder Leihprotokolle können angepasst auf Ihre Anforderungen im System hinterlegt werden. Ich gehe einen Schritt zurück und betrachte mir die Detailansicht von dem Computer. Hier können Sie noch weiter nach unten scrollen und sehen verschiedene Möglichkeiten, Dokumente zu hinterlegen. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, jegliche von Anhängen, ob PDFs oder auch Word-Formate, alles kann hier an dieser Stelle hochgeladen und dem jeweiligen Computer zugeordnet werden. Zudem können Sie eine Historie einsehen mit einer entsprechenden Timeline, die zeitlich unbegrenzt ist. Sie sehen in diesem Fall, dass der Computer ursprünglich am 26.10.2016 angelegt wurde. Sie sehen auch alle Attribute, die damals dem Computer zugeordnet wurden. Jede Veränderung, die nun am Computer vorgenommen wurde, wird dokumentiert in den verschiedenen Versionen. Diese Historie haben Sie nicht nur beim Computern, sondern auch bei allen anderen Assets oder auch bei der Software. Was sehen Sie in diesem unteren Bereich noch? Sie sehen verschiedene Zuweisungen, beispielsweise wenn eine Software auf dem Computer installiert ist, können Sie das hier einsehen oder auch wenn verschiedene Verträge oder Lizenzen diesen Computern zugewiesen werden. Der nächste Menüpunkt auf der linken Seite heißt Sonstiges Inventar. Dieses Sonstige Inventar ist eigentlich in der grundsätzlichen Auslieferung der Software nicht vorhanden. Also dieser Menüpunkt ist eigentlich nicht sichtbar. Warum möchte ich Ihnen diesen Punkt trotzdem zeigen? Dieser Punkt soll Ihnen einfach nur demonstrieren, dass Sie die Möglichkeit haben, mit dem PathSystem Inventory eigene Menüpunkte selbst zu basteln. Somit haben Sie die Möglichkeit, beispielsweise Büromöbel oder sonstige Gegenstände, Stühle etc. mit der Software zu verwalten. Im Administrationsbereich können Sie eigene Menüpunkte selbst definieren. Der nächste große Menüpunkt ist der Bereich Software. Ähnlich wie bei der Hardware haben Sie hier oben erstmal vordefinierte Auswertungen. Sie können beispielsweise jetzt auf die Installation ohne Lizenz klicken und bekommen auch hier wieder direkt eine Übersicht aller Installation ohne Lizenz. In dem Fall ist dieser Wert recht hoch, weil es eine Testversion ist. Sonst ist es sehr identisch zu der Maske wie auch im Bereich Computer, Sie können eine neue Software anlegen, Sie können eine Detailsuche durchführen und Sie bekommen im unteren Bereich alle Softwarepakete angezeigt, die momentan im System vorhanden sind. In diesem Fall klicke ich auf das Office 2010 Standardpaket, um Ihnen die Detailansicht der Software zu präsentieren. Im oberen Bereich gibt es auch hier wieder allgemeine Informationen zu dem jeweiligen Paket und im unteren Bereich können Sie verschiedene Verknüpfungen einsehen bzw. an dieser Stelle auch vornehmen. Sie sehen an dieser Stelle beispielsweise welchen Benutzern die Software derzeit zugewiesen ist. Hier unten an dem grünen Button haben Sie jetzt auch die Möglichkeit einem Benutzer die Software zuzuweisen. Sie sehen welche Lizenzen zu der Software vorhanden sind und welche Optionen gegebenenfalls zu der Software ergänzt werden können. Wenn Sie etwas nach unten scrollen, sehen Sie zudem, auf welchen Computern die Software derzeit installiert ist und auch hier können Sie an der Stelle wieder neue Zuweisungen vornehmen. Der nächste große Menüpunkt ist der Punkt Material. Was verstehen wir an der Stelle unter Material? Das sind alles Güter, die man vielleicht gerne verwalten möchte, die aber einen recht geringen Wert haben. Dafür haben wir im PaarSystem Inventory ein kleines Warenwirtschaftssystem eingerichtet. Sie sehen, wir verstehen unter Material beispielsweise eine Schutzhülle für ein iPhone oder einen Sichtschutz. Sie haben hier oben direkte Buttons, wo Sie auswählen können, dass Sie nur Material sehen möchten, bei dem der Meldebestand unterschritten ist oder bei dem der Meldebestand gerade erreicht ist. Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, über die Filter sich die Spalten anzupassen und zurechtzuschneiden, je nachdem, was für Sie interessant ist. Als Hinweis an der Stelle noch, wenn ich mich jetzt vom System abmelde und wieder neu anmelde, dann werden die Spalten genauso angezeigt, wie ich es mir zuvor hinterlegt habe. Wenn Sie jetzt die Detailansicht von einem Material betrachten, dann sehen Sie auch hier wieder die Ähnlichkeit zu den anderen Masken. Sie haben allgemeine Informationen zum jeweiligen Material und im unteren Bereich werden Ihnen Verknüpfungen, die Historie und Anhänge angezeigt. Eine Besonderheit gibt es jedoch an dieser Stelle noch. Sie sehen, dass es zwei Punkte gibt und zwar Verliehen und im Zulauf. Diese Bereiche kann ich nicht verändern. Das liegt daran, dass diese Bereiche abhängig sind von anderen Menüpunkten des Inventories. Sie haben einen großen Menüpunkt noch Verleih, den zeige ich Ihnen gleich noch. Immer wenn ein Material verliehen wird, dann können Sie im Bereich Verleih automatisch Material zuweisen. Dieses Material wird dann hier als herausgegeben angezeigt und deswegen aufgrund dieser Verknüpfung kann ich hier keine Änderung vornehmen. Genauso ist es, wenn ich ein Material bestellt habe im Bereich Bestellungen, dann wird dieser Bereich im Zulauf geändert, da das Material bereits bestellt wurde und sich auf dem Weg zum Unternehmen befindet. Wechseln wir direkt zum Menüpunkt Verleih. Häufig ist es so, dass ob das jetzt ein Beamer ist, ob das Material ist oder ob das ein Notebook ist, dass Materialien intern im Unternehmen an Mitarbeiter verliehen werden. Wenn das häufiger geschieht, neigt man dazu, dass man sehr schnell den Überblick verliert, welches Material, welches Notebook jetzt verliehen ist, wann die Leihfrist eigentlich erreicht ist und wann der Mitarbeiter schon längst hätte den Beamer zurückbringen müssen. Daher hat man hier die Möglichkeit, genau diesen Verleih zu dokumentieren. In der Detailansicht eines Verleihs wird exakt dokumentiert, wann der Mitarbeiter das Material, die Hardware etc. ausgeliehen hat, bis wann der Mitarbeiter das Material ausgeliehen hat und wer für die Ausleihe zuständig war. Das Kommentarfeld ist auch wie bei der Software, bei der Hardware frei verfügbar. Das heißt, Sie können hier einen Text einfügen nach Belieben. Im unteren Bereich sehen Sie jetzt das zugewiesene Inventar. Sie haben die Möglichkeit, Inventar, welches Sie beispielsweise schon im Bereich Material oder im Bereich Hardware angelegt haben, nun auszuwählen und den Mitarbeitern und dem jeweiligen Verleih zuzuordnen. In diesem Fall beispielsweise handelt es sich um ein Netzwerkgerät, was verliehen wurde. Der nächste große Menüpunkt ist der Bereich Verträge. Es können drei Arten von Verträgen mit der Software verwaltet werden. Das sind zum einen Standardverträge, Leasingverträge und Telefonverträge. Auch hier wechsle ich direkt zu der Detailansicht von einem Telefonvertrag. Sie sehen im oberen Bereich auch hier wieder allgemeine Informationen zu dem Vertrag und im unteren Bereich Anhänge und Historie. Bei den Telefonverträgen gibt es jedoch ein, zwei Besonderheiten, die ich Ihnen jetzt gerne noch zeigen möchte. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, SIM-Karten anzulegen und dem einzelnen Telefonvertrag zuzuweisen. Das hat an der Stelle einfach den Charme, dass Sie für jeden einzelnen Telefonvertrag, für jedes Mobilgerät, PIN und PUC sofort zur Verfügung haben. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter seinen PIN vergisst, können Sie direkt im System nachschauen, wie der PIN oder auch der PUC für den Mitarbeitern ist und fangen nicht an, in einzelnen Ordnern nachzusuchen. Der nächste Bereich der Software nennt sich Verwaltung und Organisation. Wir unterscheiden in der Software zum einen die Benutzer, die mit der Software arbeiten, und wir unterscheiden Inventarbenutzer. Das heißt, es sind alles Mitarbeiter, denen ein Computer zugewiesen wird und die aber mit dem Path System Inventory eigentlich nicht arbeiten. Die einzelnen Inventarbenutzer müssen Sie nicht händisch anlegen. Hier gibt es eine Schnittstelle zum LDAP, sodass Sie die Möglichkeit haben, alle Mitarbeiter, die im LDAP hinterlegt sind, auch als Inventarbenutzer im System zur Verfügung zu haben. Der nächste große Menüpunkt ist das Reporting. Hier haben wir einige Standard-Reports, insbesondere zur Software und zur Hardware, hinterlegt. Sie haben die Möglichkeit, sich verschiedene Excel-Listen zu ziehen, sowohl im Bereich Software als auch im Bereich Hardware. Beispielsweise können Sie sich einen Report ziehen, mit der Hardware, die momentan auf produktiv gesetzt ist. In dem Moment, in dem ich jetzt den Report anklicke, wird eine Excel-Liste generiert. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen sehr ausgewählte Standard-Reports. Über den Export-Button, den ich Ihnen vorher schon im Menüpunkt Hardware präsentiert habe, haben Sie jedoch die Möglichkeit, sich sehr individuell eigene Reports zusammenzustellen, je nachdem, welche Informationen Sie benötigen. Der letzte große Menüpunkt ist der Bereich Administration. Wenn Sie im Bereich Hardware einen Computer anlegen und den Standort für diesen Computer auswählen, dann wird Ihnen eine Dropdown-Liste angezeigt. Diese Dropdown-Liste können Sie selbst im Administrationsbereich definieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich E-Mail-Benachrichtigungen einzustellen. Beispielsweise können Sie darüber informiert werden, wann ein Vertrag ausläuft oder wann der Meldebestand eines bestimmten Materials erreicht wurde. Sie haben zum einen die Möglichkeit, einzustellen, wie häufig Sie per E-Mail informiert werden möchten und wer per E-Mail informiert werden soll, ob Sie sich selbst oder einen Kollegen darüber informieren lassen wollen. Der Vorteil der E-Mail-Benachrichtigungen besteht darin, dass Sie sich nicht aktiv im System anmelden müssen, sondern Sie erfahren per E-Mail, ob der Meldebestand eines Materials erreicht ist oder ob eine Verlängerung von einem Vertrag notwendig ist. Der letzte Punkt, den ich Ihnen hier zeigen möchte, ist der Bereich Rollen und Rechte. Das Pass-System-Inventory ist ausgestattet mit einem sehr ausgeprägten Rollen- und Rechte-System. Das heißt, Sie selbst können Rollen definieren. Beispielsweise die Administrator-Rolle, die Rechte hat, alle Menüpunkte angezeigt zu bekommen oder auch bearbeiten zu können. Sie können aber auch definieren, beispielsweise, dass es eine Rolle gibt, Finanzen. Diese sieht dann nur den Bereich Hardware und Software und Verträge, beispielsweise aber nicht den Verleih oder das Material. Sie können sich individuell Rollen gestalten, je nachdem, welcher Mitarbeiter was sehen soll oder auch nicht. Sobald sich der jeweilige Mitarbeiter im System anmeldet, wird dann darüber entschieden, ob einzelne Menüpunkte ausgeblendet werden oder ob der Mitarbeiter alle Bereiche von dem Menü einsehen darf. Ich hoffe, Sie konnten einen guten Einblick in die Pass-Inventarisierungslösung gewinnen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder es Bereiche gibt, die Sie näher interessieren, können Sie mich jederzeit kontaktieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.